Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr draufgeklickt habt. Ich darf euch die Nadja vorstellen. Die Nadja hat sich eigentlich eine Spiralwelle gewünscht, aber dafür sind die Haare noch ein kleines bisschen zu kurz, dass der Spiraleffekt schön rauskommt. Deswegen haben wir uns für eine HFK-Welle entschieden, die nach Naturwuchs gewickelt wird. Ein bisschen kleinere Locke soll in Richtung 80er gehen. Einfach ein schönes Volumen. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, ihr habt es jetzt schon gesehen, die Nadja aber nicht. Ich gebe dir jetzt mal den Spiegel, noch nicht reinschauen. Jetzt drehe ich dich einmal rum. Und dann machen wir hinten den Spiegel weg. Und dann darfst du wieder im Auto fahren, in den kleinen Spiegel reinschauen und sich im großen Hut. Wie ihr seht, wir haben es noch nicht ganz getrocknet. Damit es ein möglichst natürliches Ergebnis gibt, wir lassen sie noch ein bisschen Luft trocknen. Damit die Nadja auch sieht, dass sie keine Arbeit hat damit, was sie davor auch nicht gemacht hat. Und sie muss jetzt nicht viel anders machen. Es tut mir genauso schön, wenn man sie nicht fühlt. Was sagst du, Nadja? Was sagst du, Nadja? Cool. Wer ist das? Schön. Dann Nadja gefällt es mir gefällt es. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.